Warum Wippeltitz? Warum nicht? Ist wahrscheinlich die Frage. Mein Knackarsch. Obwohl der ist nicht so knackig, der ist holzig. Wohin? Geh da. Hm. Es ist noch keine Zeit für Feed-Transfer, oder? Es ist noch keine Zeit für Feed-Transfer. Warum spielen wir nicht Extraction? Weil irgendwie, es gibt keine Extraction mehr, habe ich so das Gefühl. Hit. Nice. Er ist geslowed. Er ist der Kopf nicht so weit, das ist richtig gut. Dodge Motherfucker. Ja, da war ich durch. Verdammt. Der Hammer, der hört sich so kräftig an. Ja, der ist auch kräftig. Hallo? Guck mal. Möchtest du ein Feed-Transfer haben? Kannst du machen, wenn du willst. Auf jeden Fall hau ich die jetzt. Allesamt. Du haust da völlig drauf. Einfach voll auf die 12. Ja. Einmal bitte alles zum Mitnehmen. Einmal zweihalber Hahn. So ungefähr. Okay. Wir machen einfach alle defensive Sachen. Ja, guck mal. Oh Gott, der kann man nicht so weit. Den da würde ich glaube ich nicht. Dankeschön. Das tut mir leid. Aber nicht mehr als du leid. Flump. Oh Gott. Schockend. 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 Der Ton ist so passend dazu. Das sind klassen. Dancing shoes. Yes. Aber keine Ahnung. Das ist so ein Clusterfuck. Ich liebe es. Ja, wir sind halt Tanki und die sind Millie. Da könnte das stehen. Was zur Hölle ist hier los? Ich werde dich erstmal heilen würde ich sagen oder? Ja, soll ich drin bleiben oder? Möchte ich heilen? Ich heil dich auf jeden Fall erstmal. Ist mir egal ob du mich heilst. Ich kann dich nicht viel mehr machen. Vision. Das macht er nicht mehr in den Herd. Achso, sie wiegt die Leute. Stimmt. Das ist richtig strong. Deswegen ist es immer auch besser, dass wir so drin sind. Ja. Halt mich. Halt's einfach gegenseitig. Hätt halt auch zuhauen können und drei Leute treffen, ne? Okay, zwei Leute treffen. Ich hab Ulti über dir. Warum bleib ich raus? Moment, wir haben Runde 4 und du hast Ulti ready. Sie kommt mir vor. Oh, ja. Oh, 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 oh. Die Tuning kann einfach rein rotzen. Natürlich, ich kann nur einen treffen. Ist natürlich doof. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. No more will they hide in shadow. Hm, hast du mit gerechnet, oder? Nee. Aber ist okay. Dann ist halt RAS geslowed. Ach nee, Moment mal, mein äußerer Kreis slowed, nicht mein innerer. Soll ich vielleicht mal mit dem äußeren ziehen bei sowas? Nein, wird ihn da hingeschmissen. Das macht doch keine Ulti jetzt. Doch, doch. Achso. Macht doch keine Ulti jetzt. Ja. Okay, dann bleib ich halt stehen. Tot. Dann glaub ich dahin, wo er war. Ach, okay. Geh ich noch ein bisschen mehr, halt. Oh, wir wollten alle dahin. Anscheinend? Ähm. Möchtest du ein Fair-Transfer? Äh, ich bin im Weg, mich. Mach was du willst, ich bin ne raus. Ich auch. Da kann ich nicht drin bleiben. Ich hoffe, da kann ich niemanden Schaden machen. Bin dann mal weg. Tschüss. Tschüss. Ich auch. Anja- Oh, oh. Oh mein Gott, gutes Verhältnis. Hält mich die Mods im Adjacent Enemies. Attach 11 more damage. Ja, ja. Der wollte uns 70 damage machen, drei Leuten. Ne, ne. Kann ich drauf verzichten. Dankeschön. Drei mal 70 wär mir ein bisschen viel gewesen. Aber er ist tot. Welch Bauch? Jo. Guck mal. Heilung. Heilung. Ah, sehr schön. Du musst nicht... Ah, dann weicht der halt aus. Scheiß drauf. Was hast denn du... Achso, deine Heilung skaliert mit deinen Charts. Mach's ja generell. Aber ich hab's tatsächlich durch Wände. Du kannst es auch deaktivieren mit ner Mod. Hm. Ich hab die Mod drin, dass ich halt durch Wände machen kann. Das ist halt sehr angenehm, finde ich. Ne, 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 ne. Ah, faith transfert nicht faith transfert. Juno will dort reinlaufen. Ehhh... Wen, dann steh ich mich da hin. Weil von oben kommt jedes Pupp wieder angelaufen. Hm. Hm. Bam. Wir rüsten sogar noch. Nice. Was flieg ich hier weg? Wie geht's mit dem Keks? Oh Gott sei Dank hat ich nur meinen weggeschubst Ich würde sagen, man kann doch nicht weiter fliegen, ne? Mh Jetzt steh rein Und wieder Clusterfuck Ich hab kein Fate Transfer Ne, eigentlich nicht Ich mach meine Ulti ran Tatsächlich jetzt Wird wahrscheinlich verdrecken, aber Mach die irgendwie Fängt die Schad ab, die Ulti oder sowas? Ja die gibt dir Schild Gibt allen Verbündeten im Umkreis Schild 15 Mhm Wir haben sowieso relativ viel Schild Und Schadensmitigation Aber Dingens hat halt Ulti, ne? Tolerent, von daher Ok, er macht's ja nicht Was laut Doch ich schon ertrifft mich, ey Guck mal, sie hätten jemanden töten können Haben's nicht getan Na, ich glaub ich werde jetzt nochmal Fate Transferen Um zu schützen und dann werde ich sterben Mit den Fate Transfer ich dann am besten Juno Juno Ja, wahrscheinlich sogar wirklich Juno Schütz ich sie nochmal Da ist nochmal Schild Ich hab' da neben's auch vorbei Überleb's sogar noch Kannst du nochmal ulten Nächste Runde Da bin ich's falsch gelaufen Bam Du läufst gar nicht Okay, ich lauf gar nicht Das ist umso besser Oh, ich kann kein Trepp mit der Ulti Das tut doof Toll Dann bräuch ich die Ulti nicht machen, oder? Keine Ahnung Mir relativ egal, ich heil dich Ich heil tatsächlich dich Glaubt ihr wollen die alle in der Mitte haben? Hm, bin ich mal ganz getroffen Hat eigentlich schon der Hund springt mich letzte Runde an Hat aber nicht getan Hat ein bisschen gewundert Oh, der wirft alle um Oh, der ist fies Oh, der wirft alle um Dit ist ja richtig fies Ich könnte jetzt ulten, oder ich könnte heilen Ich glaub, ich heil zuerst mal Die Ulti nützt ja nicht so viel, oder? Ne Wo läuft er denn hin? Na klar, laufen wir hier hinterher Läuft Laufen wir hier zu zweit hinterher Wuhu, Heilung Okay Oh nice Ich mach auch noch so'n Hit Guck mal, freihändig Guck mal, freihändig Bäääää Wirst du 90 Damage gemacht? Der macht keinen schönen Schaden als Support Ja Jetzt hab ich aber auch Mindcard gehabt, ne? Hm, er kann auch ausweichen Wie du möchtest Ohne to help Ohne to help Wollten wir einfach folgen Ich mach meine Ulti halt wieder an jetzt Behold, unsere Crusade Jetzt glaub ich ihr lieber das geben Jetzt glaub ich ihr lieber das geben So Oh, wobei sie hat auch noch ein Schild Okay Fuck Ich dachte Der weicht aus Ich dachte eiskalt der weicht aus Aber er ist tot Freich Alles, alles geplant Nevermind Da glaub ich hab ich mich jetzt nicht mit Jo, ich auch nicht Wollte die Schaden Muss ich jetzt so machen Der kann nicht heilen Ich habe kein Glück Ich könnte... Ach nicht, Fat Tracer kann ich auch nicht Oh, ich kann auch nichts machen Also ich geb ihr noch mal Schild Aber mehr hat nicht 15 Schild kriegt sie noch Aber ich glaub das reicht nicht mal 26 mach doch Dingens jetzt Aber wir könnten trotzdem gewonnen haben Nöp Nevermind, aber dann ist ich auch nicht tot Ich mach auch Ich mach auch 27 Damage Ich mein dann ist Juno auch nicht tot Hammer for all alive Hammer for all alive Hammer for all alive Hammer for all alive I'm gonna knock you off your feet It is my fate Die Runde war einfach nur gut Victory! Salzig! Victory is pleasing! Ahhhh Lustig Tanky as fuck das Team Und der Clusterfuck am Anfang in der Mitte war ja einfach nur noch Chaos Bone Shatter Movement in Night 7 Alter, wie viele gelbe Bezeichnungen Gelbe Zeichnungen ich hab Egal weil ich ja noch nie gespielt hab Von daher ist alles Ja aber Low Health Healing Alter Ich hab null Damage durch Kamer Reduziert War peinlich Vision provided Crowd Control 0,5 pro Turn Jetzt geh mal weg Zenit Effective Shielding Wir haben 143 mit einer Ulti geshieldet Ich hab sieben Runden auf Max Energie gespendet Cool Wir haben gar nicht so viel Schaden gemacht wenn du mal auf die Score guckst Zumindest wir beide nicht Aber Wir haben halt Heilung Wir haben 140, 220 und 300 Heilung Ich war sogar noch der Schlechteste von der Contribution her Ja Aber ich hab viel Damage received Wie viel Damage wir beide received Die ich received hab Ja du ich nicht Mich haben sie irgendwie bisschen ignoriert Da wo ich mittendrin stand Fedra hat viel gefressen Aber gut die hat halt auch einmal gestorben dafür Ist halt Fedra ne Mhm Boosted Damage 1,4 pro Runde Wuuh Yay Ich hab 22,8 pro Runde Damage Mein bestes davor war 12,3 Die Runde war lustig Immer drauf